hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge red redemption trotzdem ganz gerne wissen wo mein fährt hin ist ich habe mir einen araber gekauft für 750 dollar dann sind wir weg freiwelten und dann mit einer Hausgirl. Hey, Partner. Oh, ihr seid ihr? Hallo, Herr. Will ich Sie? Hey, da. Ich bin froh, ich bin froh. Will ich Sie? Hallo, Herr. Hallo, Herr. Schön, ich bin froh. Hallo. Entschuldigung. Hallo, Herr. Hallo, Herr. Entschuldigung, Partner. Hallo, Herr. Hallo, Herr. Hallo, Herr. Das ist ein bisschen besser. Und das ist ein bisschen besser. Ja, das ist gut. hier ist es noch ein bisschen größer, wo es sein könnte wo ist die Luxusgegend hier? hier ist es ein bisschen größer, wo ist die Luxusgegend hier? hier ist es ein bisschen größer, wo ist die Luxusgegend hier? hier ist es ein bisschen größer, wo es sein könnte? hier ist es ein bisschen größer, wo ist die Luxusgegend hier? wo ist die Luxusgegend hier? ah, da ist er ja dich habe ich gesucht, mein Freundchen hier ist die Luxusgegend hier 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 ein bisschen größer hier ist es hier ist die Luxusgegend hier Ja, das ist die größte Marble, ich meine, ganz ehrlich gesagt, das Baroque ist eine Abomination. Belgien. Jetzt ist das Land für die Konnoisseur. Oh, ja, ja, wie immer ich sage. Aber, du weißt, ich bin wirklich nicht ein Nymph. Oh, natürlich, sehr ephemeral. Du willst etwas mehr... ...tangible, mehr... ...Gothic. Ich mache auch Korsets. Würdest du einen Korset? Ich immer einen benutze. Uh, nein. Ich denke nicht so. Ja, ich bin ein paar Horsen. Die Wälderböne muss sich in. Na, eine Karte? Uh, sicher. Und was ist es, Herr Kilgore? Du bist ein Junge von Leisure? Ein Asthete? Oh, ein Artist. Oh, ich denke, ich bin... ...kindlich ein Adventurer. Oh, ja, natürlich bist du. Hier, be careful mit der China. Sir, es ist French. Nicht Belgien? Oh, nein, nein, nein. Sie sind Philistinien in dieser Region, ...not-to-be-trusted. Youth. Eternally preserved in Marble is more their specialty. Ich denke, China will always elude them. Now, warum bist du hier genau? Ich weiß nicht. Du bist ein Adventurer. Ein Wanderer. Ein Wanderer. Ein Wanderer. Ein Wanderer. Ein Wanderer. Ja, sicher. Ich schaue sehr gut für bestimmte Objekte, für meine Art. Du schaue? Ich schaue sehr gut. Na, was hast du? Mal schauen. Jetzt habe ich ein paar Kommissionen. Ich brauche... ...at least 15 Egret plumes. Good ones, natürlich. Ich brauche... ...15 Assorted Orchids. Hier ist eine Liste. Okay. Mal schauen, was ich kann machen. Danke für die Zeit. Danke, Tacitus. Es wird sehr wertvoll sein. Da-dam. Fünf Seidenreiherfedern, fünf Röte-Reiherfedern, fünf Schmuck-Reiherfedern und 15 Dame der Nacht. Die Vögel, die kriegen wir hier bestimmt aus dem Sumpf. Da haben wir den, ne? Haben wir nie gehört. Hallo. 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 Good evening. Have a good night, Sir. Wo ist mein Pferd? Wo ist mein Pferd, Alter? Wo ist mein Pferd, Alter? Eine Nacht volle Ausschweifung. Wo ist mein Pferd? Hier ist eigentlich ein Schmuck. Ich habe einen Schmuck in den Röte. Wir sind alle hier mit einem Schlag. Hallo mein Meister. Hey, partner. Hello. Hey, there. Hi, there, ma'am. Bonsoir. How do I treat you these days? Alms for the blind. Hi, there, mister. Good evening, mister. You see this here? Ha, ha, lost your wind, countryman? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. You gonna do something, cowboy? Ha, ha, ha. Love you, Nijon. Don't move. Let's get those hands up nice and high. Ha, ha. Works every time. Dana! Ah, ah, ah! Oh, no! What's wrong with all this? Somebody get help. Oh, shit. We got a body here. We got a body here. Oh, shit. We got a body here. ich muss weg gut angegriffen ich muss jetzt aber mein schwarzes pferd willst du mir die noch ein paar Fotos machen eigentlich sache oder machst du dir erst wenn die welten komplett fertig sind wie ist das? wie ist das? wie ist das? Was ist das? dieses grösser die tage mein fotos von allem wenn er schon mal dabei ist ganz auch mal so eine schöne tonaufnahme machen die auch schon bestimmt wochen warte irgendwas wollten sie mir ja auch mal schicken ich hab's nicht vergessen ich muss mir 45 dollar wieder für nicht weil so ein paar wichser mich ausrauben wollten hab ich 45 dollar weißt du was was diese die das 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 Ja. 20 Dollar my ass, ey. Ja. Ja! 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 Hey! Nice! Damn it! Damn it! Great bastard! Hey, move it! You got a problem? What the hell's the matter with you? Oh, shit! Welcome back. Good to see you again. Good on you. Get a fresh start. Thank you. Really? You must be damn stupid if you think you can come back here. Hey, go back to the fridge. I got a new study. You look dumb. Oh, man. You're the only one you have. My wife won't find out. Hey! 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 Hallo? Hallo? Excuse me. Hey, do I know you? Mr... ... I believe we've met. We have? Oh, Evelyn Miller. Unfortunately so, Mr... Arthur Morgan, at least, sometimes. Can I say something rude? Sure. The mayor thinks you robbed him. To be clear, he wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, uh... I mean to say, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? I'm sorry. Have you met? This is Rainsfall, the great chief, and his son, Eagle Flans. Gentlemen, we saw you in the wagon train crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. You have great powers of observation. That's my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made peace treaties. And those treaties were broken. And we've been moved, and punished, and punished, and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly, contravening the peace treaty signed three years ago, this will lead to war. No, my son, it will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. It's a bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So... you want me to try and steal it? Obviously, they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in two states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is now undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his. No. We must try everything. Come along. Hello. Mr. Miller. If the counselor wants to apologize, he can see you now. We've been waiting, I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. There. I have to wait a little, yes? As far as it goes. So, I could now make this weird boat with the river river. Oh, or we could here Mary Beth here. Ah, I'm not that. No road is… But no road is, Wenn 750$ fährt. Lass mir das Spiel wegnehmen. Roudis für 2,50$. Jetzt mein Araber wieder? Ich vermute mal nicht. Lass mir das Spiel wegnehmen. Oh, heavens! Good morning to you. You looking at that poster? They're an ugly old thing, aren't they? Train robberies! I happen to know that fella is farming the swamp. Or trying to. Up by Siltwater Strand. He's a bad egg. Fancy that. I seen them coming and going here and I never had an inkling. Hold on, I'll be right there. Well, hello again. I got another one in. You interested? How's it going, Alden? Good. Alright. This is a little different. Take the coach and deliver it to my contact. He'll pay you well for it. It's a fragile cargo, so go easy. Okay. But the money would best be right. Oh, it is, Arthur. I promise, it's very right. Sinwise for Kutchen-Überfall. Reiten Sie nach Norden die Straße am Felsen vorbei. Wagen voller Antiquitäten aus Richtung Nord-Osten unterwegs zu einem Käufer im Boot ist. Sollte nur ein paar Wachen dabei haben. Liefern Sie alles bei Simmos, bei dem Average Ranch ab. Fassen Sie auf, dass Sie weder Wagen noch Fracht beschädigen. Gehen wir doch hin, irgendwie, oder? Thanks for your assistance. There it is. Yep, that's the word in town. Machen wir erst mal die Gefangenen, oder? Wie gesagt haben die, dass sie sich in der Nähe hier bereit machen? Hey, Freund! Hallo! Wie war es in der Stadt? ziemlich heiß. Das ist ziemlich ein Preis für dich, Leute. Das ist so unfair. Ich habe nichts getan. Sie sagten, dass du für ein Leben warst. Es war ein Leben. Es war ein Leben. Es war ein Leben. Es war ein Leben. Und du? Ich habe einen Farmersen? Erstens, ich würde. Aber er hat ihn, bevor ich konnte. Und zweit, er hat ihn kommen. Er hat ihn kommen. Er... Ich würde nicht sagen. Das ist nicht so. Na... Es ist kein Business mit mir. Hier sind die Poster. Dann geben sie uns vielleicht irgendwo... Irgendwann. Hier haben wir die Poster. Dann werden wir das später noch mal. Dann geben sie uns vielleicht noch mal eine Möche. Dann werfen wir uns vielleicht noch mal. Dann gibt es uns noch mal an. mal schauen vielleicht ja mr. can you help me please help me my damn heart's down on me and my legs are hurting and i need to get home you're happy to you know oh you kind mister if he'll be so kind to take me to legrin that's where i'm from that's where my people is from sure that's fine don't normally trust no outside man no fence mister just don't trust him much quite alright ma'am i don't trust him much either you seem like a horse rider yeah your whole life i bet horse don't help much in legrin neither horse can swim fine as a duck be much more used to us last horse we buck got his foot stuck in the mud another getter came and ripped his leg off the horse just wobbling in the water another getter came and took the other leg then the horse fell and died for a part time and could come by with a rifle on him and there's no word alive he's sure it's the horse that's the problem maybe you should be worrying about the gators and where was it legrin well that's how life is hmm bet you travel a lot you a fool can't find yourself no home to live and grow and die in if you always moving can't build no roots down can't grow nothing up always moving is no good maybe i don't want roots how about that i'm not looking to settle you think when was the last time you spent the week in the same bed how long ago was that i asked you but it was a long time no face but i bet it's been a long time for you we getting close don't doubt or not you is that the woman who was already raped or not we still don't have to be here we still have to be here okay here's good thank you mister please let me give you this on account of you being so kind nobody would never have to be on that horse again dang animals yeah it's good 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 yeah good 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 Die labern und labern und labern, die Höhle auf. Ich gehöte, Mr. Alligator. Wir müssen trotzdem immer wissen, wo mein Pferd drin ist. Kann überweg sein. Er wird lebendig gesucht. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ich kann es nicht. Sie sind hier für deine Brüder. Komm zu Mama, Junge. Keine Schrauben. Wir wussten, dass du kommst. Ich habe etwas zu fragen. Ich bin ein Veränderungsmann, okay? Ich sage mein Verlust. Ich werde dir, dasselbe. Bitte. Das ist eine Scheiße. Ich wollte nur aufhören, Junge. Du bist der Mann, jetzt. Du kannst nicht mehr aufhören. Entschuldigen Sie das Gespräch. Sei sicher, Junge. Ja! Ich sehe dich, Junge. Ich bin nicht so. Ich sehe dich, Junge. Ich bin nicht so. Ich bin nicht der Gerät. Ich bin nicht der Kloch im Hintermutter. Die Kinole sind nicht in dieser Welt. Hush! Wir sind stolz, Junge. Wir wussten, dass das passieren könnte. Sei dankbar für die Zeit, die du hatten. Da, da! Du bist der Mann, jetzt. Das kann durchaus passieren, ja? Ja, pass auf deine Mutti auf. Da ist ja auch noch was passiert. Ich habe nichts zu sagen. Johnson! Was? Just, du bist ganz ruhig da hinten. Die meisten Menschen, die Begge, oder die Crye, oder die Grail gegen die Todes. Ich habe nichts zu sagen. Das... Sonne von der Bitch! Komm zurück, du little Sneak! Oh, nein, du nicht! Damn! Shit! Fisch's in the Line! Oh, lord! Be a man about this! I'll do these tighter this time! How's that? Just isn't your day, is it? jetzt hast du auch keine kippen mehr noch so ein ding in den augenring jetzt Ich bin nur noch 19 Stück bis heute Abend. Ich bin noch 19 Stück bis heute Abend. Ich bin noch 20 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 Stück bis heute Abend. Am besten haben wir gleich den Fahrer weg. Ich bin noch 20 Stück bis heute Abend. 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 Er ist natürlich auch ein bisschen glückabhängig, ne? Je mehr Glück man hat, desto besser ist das Ergebnis. Ja! Okay. 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 So, einfach wegschmeißen. Ich muss nur noch schlafen. Wie gehts? Oh, es ist dich. Okay. Der Skar hat in der Ende sehr gut gestohlen. Ich bin jetzt mit dir. Wenn man da nicht durch das Loch durchgucken könnte, wirst du? Action Pump. Kann ich hier überhaupt nicht ... ähm ... Schlafen. Bis zum Morgen vier Stunden nur noch. Jetzt nichts. Kriegen wir uns mal hin, A-Fa ... Strecken nicht vergessen, ne? Neuer Tagebuch-Eintrag. Neuer Tagebuch-Eintrag. Gehen wir weg, oder wie? Na gut, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Gehen. Gehen.